um geht das ist einfach und dann kann ich weitergehen und immer wenn ich lange vor der nachdenke vor der spaßfahrer war ich will jetzt auch da noch ein paar sprünge ja noch ein paar sprünge ja noch ein paar sprünge ja du gehst gerade falsch rum ja ist so einfach umgeben warum gehst du zurück junge wo muss man ja man muss hier rum guck mal wo ich lang fliege und dann muss man hier rum bist du immer da drüben hergesprungen ich habe das nicht gesetzt das war julian der ist ja auch nein ich habe kein glas gesetzt doch julian hatte das war genau hinter dir du hast das glas den gesetz bist rübergegangen und ehrlich jetzt ich auf der aufnahme und ich hab's nicht gesetzt ich war gar nicht im game oder so ich kann mir jetzt gar aber woher kommt dass sie dann das weiß ich nicht also es war schon die ganze zeit auch vielleicht habt ihr das geld ist angesetzt aber ist ja egal kommen ich hab jetzt aber ich habe auch benutzt das glas ding ja ich wusste nicht wo es lang geht sonst hier noch nichts machen noch nicht ins labyrinth rein ja ich stehe vor dem herrn hätte ich aber sonst hier ach so lol ich bin immer direkt hier reingegangen los da darfst du noch nicht hast du es geschafft ja aber ich wusste nicht wo es lang geht und durch die ja der darf das kommt ja ich hab ja auch benutzt von daher ja und jetzt auf einmal ne ich wusste nicht dass es da nicht hingehört ich habe es gar nicht gemerkt wenn hier geht es nicht ja ach ich bin auch lennarts wir beide haben es lol habe ich in luck ey ich hab es auch geschafft ey voll unfair ich bin der erste in die stage schafft ja toll warum krieg ich die geschafft und das tnt sollen wir das jetzt machen nein ok er voll und ich krieg jetzt noch mal sechs punkte boah was ist denn das für ein ist das tnt jetzt auch eine stage ja ja und noch nicht mal leider nicht erstmal set time halt nein stopp noch nicht noch nicht noch nicht ach so set time night jetzt einmal hinlegen alle aufstehen und dann count down warte warte ich bin ich bin ein alter leon ist viel zu alter frühstart da ich hab gesagt die reiz 2 1 und du bist du schon losgelaufen was bringst du vor mich ja ich bin leon nein frühstart leon frühstart ja frühstart ist so als hallo ist block schaden durch tnt an ja frühstart leon noch mal neu müssen wir zurück nein du weißt schon dass ich mich einfach die ganze zeit hierhin ich hab ich hab's auf meinem ich habe auch schon eine aufnahme du hast frühstart gemacht ist so 1 2 1 gesagt und dann hast du hast 3 2 1 gesagt und dann war bist du schon los bevor es los soll die stellen können wir gar nicht mehr schaffen doch können wir ich mache es wieder ok los ey du weißt schon ich bin noch gar nicht wie können die wir können die gar nicht noch wir können auch ganz klar was repariert das kurz prägen ja leon macht das kurz und wollte das nein ich mach das schon über leon ich hab's wirklich auf aufnahme ich soll mir können wir nicht irgendwas bauen damit man wirklich herrn geht mal weg lol so er okay dann macht das mal warte noch mal hinlegen auch leon noch mal hinlegen du hast im anderen bett schlafen ja und mal hinlegen ja sonst wenn du stirbst kannst einfach rüber gehen das kann man gar nicht mit so vielen schaffen fällt mir gerade auf ja wir wollten immer zufrieden wenn man hat ja wenn man einmal da vorne ist dann ähm ja scheiß drauf ja dann hat er eben gewonnen hatten danach muss man sich tippen oder so oder rüberspringen ist ebenso macht einfach normale treasure play also und wenn er hat er hat die breit auch ich wollte es nicht auslösen als warum nein weil ich dachte immer noch nein mach ich auch nicht weil es wohl und wenn man von ganz links startet hat dann viel äh später ich bin von ganz links gestartet und der leon hat mich jetzt mal ganz recht ich muss hier offen sein er hat auch von überall schaffen das stimmt ja dann los nein doch nicht so mann der Gämer zu wechseln warte noch nicht noch nicht noch nicht die mod 2 ok 3 2 1 los komm 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 lol gewonnen gleich gewonnen lol ich krieg jetzt nochmal 6 Punkte ey das ist doch jetzt voll der scheiß ich hab jetzt alle meine sachen verloren Lennart du hast es doch auch gewählt ne ich hab gewonnen ja ja klar scheiße ey ja ich hatte wieviel Punkte hab ich jetzt ey was ist das jetzt für ein scheiß jetzt hab ich doch alle meine sachen verloren ich hab 16 ich hab 16 Punkte Lennart Lennart hä warum hast du jetzt 16 Punkte ich hab 16 nein das stimmt gar nicht du hast 11 Punkte nein ich hab 16 du hast die eben schon welche doch schon gegeben für die Stage zählen aber nicht nein hab ich nicht das Labyrinth hat er doch schon die Stage Labyrinth hab ich eben gegeben die Stage die jetzt haben die müssen wir alle zusammen nein warten 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 ich muss alle meine Sachen wiederholen das ist voll scheiße ja das ist doch nur dir nein ich muss ja noch mein Schwert und so oh my god ja ist auch so wenn es eine tödliche Stage gibt kann ich ja nichts für wir hätten einen Feuerresistance Strang nehmen sollen oder wir müssen unten einfach Wasser hin machen weil Wasser wäre das TNT auch ja da unten ist irgendwo Wasser und wo wir können einfach direkt Wasser machen so das ist eigentlich den Schalter müssen wir drücken boah Junge warum kennst du das schon Spaß ja ähm der hat das gemacht gestern und hat auch noch die Wettschreiberung voll scheiße ich hab nur kurz geguckt ja aber ich kenne nur einen einzig Schalter die anderen kenne ich alle nicht ja du hast ja mal ja toll aber du hast jetzt schon du kannst du den Ambers kurz mal lassen was ja natürlich ich muss ja gerade machen kannst du den Ambers kurz mal lassen ich muss noch den Schaden ich hab das nicht vergessen Rückstoß ja ich weiß nicht zu scheiße das ist jetzt Hammeröde ich könnte es auch irgendwie vermeiden glaube ich aber ich möchte jetzt kein Aufmerksamkeit reinmachen das ist jetzt scheißegal nicht schärfer nicht schärfer sondern oh wo es ist Verbrennung Verbrennung wo sind wo ist das Zeug für den Bogen achta äh unten der Kerl 1 kommt auf die 3 blablabla Schlag 2 und Flammer 1 so so kannst du mal kurz den Ambers lassen der Leon macht dann diese Challenge nicht mit ja ist so der da kriegt dann auch keine Punkte dafür zumindest darf der jetzt nein äh Leute hierfür kriegt man doch eh keine Punkte wir müssen noch Teamwork machen wenn einer durch kann ja ne der aber der aber der der zuerst die Schalter gewonnen hat hat ja gewonnen nein nein ohne Teamwork wir machen einfach dass die letzte Challenge 10 Punkte gibt meine letzte Challenge ist ja ok aber ich bin jetzt schon mal gut ich hab schon 16 Punkte ja klar der hat gewonnen der hat gewonnen auf jeden Fall dass jeder noch gewinnen kann aber wenn Julian jetzt 15 Punkte kriegt bin ich trotzdem erster weil Julian grad 0 also das jetzt im Teamwork oder nicht stimmt ja Julian du schläfst grad in der Wand das weiß ich schon dann 17 dann gibt es 17 Punkte für den Gewinner also machen wir aber wir machen die Challenge jetzt also Teamwork ja die machen wir jetzt zusammen die 1 2 ok 1 aber Leon darf nicht mitmachen Leon darf nicht mitmachen doch darf der ja toll der weiß aber schon einen Schalter Julian ich kenn nur einen ich kenn sonst keinen ne ja toll ich muss auch grad ausprobieren voll systematisch und so mach ich jetzt erstmal hier die unteren Reihen aber ihr dürft die nicht zweimal umdrehen weil es einen Schalter gibt der noch hinter dem anderen ist Leute hier hab einen hier aber hä hä der geht sofort wieder zu der hier guck mal hier ah ja der ist ja beim Pisten der hier der geht sofort wieder zu alter Fail was da der der oder was nein der Schalter ist direkt beim Pisten deswegen macht er den Pisten irgendwie Fail der hier der Schalter also was jetzt ja nee aber ich hab jetzt hier einen Schalter gefunden oder nicht ja eigentlich schon cool aber warum geht der sofort wieder zu äh ja hier nein der Schalter gehört nicht dazu warte welcher Schalter war das der ne der hier ja toll alter der hat voll Fail und so ja Entschuldigung ich hab übrigens voll viel XP nein ah 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 ich mach mal oben die Schalter hier macht unten die Schalter soll ok der hat macht oben die Schalter warte ich mach die rechte Wand hier unten was ist denn nochmal bei diesen Raketen der Stern was dieses ähm Glitzer komisches Zeug da äh sag ich dir nicht Junge du darfst hier jetzt keine Raketen kaufen ne warte ich kann das da selber gucken Small Ball Twinkle ja Twinkle Twinkle brauche ich ja und wie geht das ja mach ich grad Small Ball Green Twinkle ja und wie mach ich denn ja den hab ich grad in meinem ja Feierwechsen ey alter warum warum kopfst du eigentlich du musst jetzt hier mal mitarbeiten und so ja ich kenn das doch er hat doch gesagt soll ich mitarbeiten nein der hat gesagt du sollst mitmachen also komm soll ich ja du sollst jetzt komm echt ja jetzt mach endlich jetzt töd ich dich und darfst nicht mitmachen ok ich komm jetzt toll auf der linken auf der rechten Seite unten ist ja gar nix sehr verkackt ne ja toll Lennart kennst du nicht die Scheiter Lennart also wirklich denn ich kenn nur einen warte ich mach mal jetzt die ganze rechte ich mach jetzt auch mal oben die rechte Seite na lass mal Leo und du sollst mitmachen haben die gesagt blut 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 abc geräusche Jens, Scheiße. Alter. Lol. Hatte ich die schon? Eins, zwei, drei, vier. Ey, Alter, ich war das gar nicht. Und zweitens, das ist unfair, du darfst mich nicht killen. Du hast dich mit deinen Raketen getötet. Nein, nein, ich habe ihn mit seinem Kill gekillt. Aber trotzdem, voll unfair, du darfst das nicht. Ja, habe ich. Ich habe gesagt, du sollst weiter mitmachen. Ja, mache ich ja jetzt. Ich wollte das ja gerade machen, aber du hast mich dann gekillt. Ja, natürlich, weil du diese scheiß Raketen nicht aufgehört hast. Okay, in zwei, so. Ja, okay, dann helfe ich sie mir. Lert, an welchen Schalter hatte ich jetzt schon? Okay, Lert, ich mach... Nein, ich wollte die rechte Seite machen. Lert, du machst die linke Seite oben. Hä, warum stehst du im Block? Ich stehe nicht im Block. Bei mir schon. Bei mir auch. Warum machst du die Schalter doppelt? Das sollst du nicht. Ja, aber man hört es ja. Boah, Leon, ich habe gesagt, du sollst aufhören. Nein, es gibt ja noch eine zweite Schaltung, die so weit weg ist, dass man die nicht hört. Ey, Junge, hör auf. Ja, okay. Ich mach die Raketen weg. Ich mach das. Ich mach jetzt alle bis... Ich mach jetzt die bis die, bis die, bis die wechseln. Wie viele sind das noch? Äh, noch eins weg und wechseln. Ich kann mir zwei sechs gemacht. Das ist voll cool. Oh. Boah, ich kann die nämlich auf dem Inventar nehmen, alter. Ja, ne. Oh, hör auf. Au. Okay, mach ich jetzt weg. Boah, endlich, alter. Alter. Ich hab die Sounds nämlich auf... 23 Prozent. Das ist dann mega laut. So 21 Prozent. Ich hab die Geräusche auf 75 Prozent. Ja, ich hab die früher immer auf 100 Prozent, aber irgendwann hat mich das genervt. Und zweitens, das ist die Aufnahme scheiße, wenn das so ultra laut ist. Was? Wirklich, Julia? Mach doch mal leise. Nein, nein. Alter. Leul, ich hab dich gar nicht... Leul, du bist runtergefallen, bevor ich dich geschnitten bin. Nein, ich hab Damage gekriegt und bin runtergefallen. Ja, aber du hast vorher schon... Das hab ich gesehen. Auf Aufnahme. Ach gut, bin durch. Das wir für an categor利genmöglich ist daskeln. Bis zum nächsten Mal. Ja, bei wo live.